Ihr müsst die Gegner auch richtig eliminieren und nicht weiter krabbeln lassen. Mal gucken, vielleicht mach ich's auf 100 oder so, eretik. Irgendwie sowas. 100 oder 150. Da ist der, der mal einen legendär gepumpt Gang gestohlen hat. Ich bin noch zwei übelig. Was? Ich bin noch zwei übelig. Aber viele sind echt mehr. Nur sehen kann ich schon noch nicht. Okay, einer von denen müsste hier irgendwo rumruhen. Okay, hier ist er. Wo? Hier bei mir. Ist einer von denen. Tod. Ich wurde von hinten weiter in der Loslassen. Eww, okay. Okay. Machen wir bereit oder logisch? Ich kann auch bereit machen. Bereit. Ich geb ihm meinen Kätz hier vor. Auf dich Amigo. Hier wird's aber grad schon wild jetzt hier langsam. Und. Ich kann noch mal hin. Ich kann noch mal hin zu nem Haus gehen, weil wir hier in der Zone. Ja, okay, stimmt. Warte, ich mach Kopfgeld, weil es ist ja noch einzeln. Ne, es sind drei. Einer ist einzeln, glaub ich. Ja, einer ist einzeln. Kevin, warte. Bleib da. Nein. Er kommt von unten. Von irgendwo hab ich Treppen. Ja, der Schildcrack, jawoll. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Über den ja ist ja nicht schon ein One-Shot. Ich hätte mich hoch. Leute, einer kommt, jetzt kommt von rechts von dir. Oben oder unten? Unten. Aktuell. Ah, komm, geh ins Bad. Na, ich mach ihn mal ein bisschen frisch hier. Hm. Ich will mir kurz heilen. Na, seht ihr uns nicht? Seht ihr uns nicht? Seht ihr uns nicht? Ne. Warte, geh raus. Wo ist er? 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 Einer ist in der Ecke. Da du? Andere ist ganz oben. Mach mal Stein dann da hin. Ist halt oben. Ganz oben, ja. Oh. Der ist hier. Direkt vor dir. Super. Er war hier im Klostag. Der Arme. Ich hab ja bei Jurassic Park gesehen, dass jemand vom Dinosaurier auf dem Klo gefressen wurde. Aber auf dem Klo erschossen hab ich bisher noch nicht gesehen. Warte, komm, kurz drüber, mach ich mich spiel-fertig. Mhm. Creole. Ist ganz vorne Höp. Und, ne komm, na, nicht runterfallen. Sehr schön. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Dein. auf welcher farbe seid ihr jetzt auf welcher plattform ich bin gelb okay ich bin blau das wollten wir nicht wissen ob du blau bist wollten wissen ob welche farbe du stehst okay türkis es ist es ist keiner mehr oben es ist wirklich keiner mehr oben die ganze fläche alleine für mich ihr seid ja auch noch da das ist super hier aber nicht mehr seine eigene schuld das war alle kaputt der letzte ausgeschieden ist von uns ach guck mal zweiten platz erster das geschafft juhu best auf das alles klar mache ich rein mit kummer mit einer rakete wirklich rein für dich morgen mache ich den ganzen tag schnitttag mit einer schnitte ja mit einer sahne schnitte ich habe eher an eine brot schnitte gedacht aber sahne schnitte geht auch so verschieden ist unter verstehen und nein also voller einkäufer die wird damit essen kocht und wieder geht weg und kommen dann will er oder wie nein also die die platzen wie gesagt die fallen runter die erscheinen nach einer zeit wieder dort aber aber das dauert seine zeit so und unter hinten kommt er hat sich so ein balken das feld wird immer kleiner das ist das gemein nein 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 ganz ruhig ganz ruhig da bitte 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 das war meine platte und man merkt wirklich dieser ramm wird auch immer enger ja die platte und dann auch teilweise schon länger nein das macht richtig da ja kannst du noch betreten wusstest du das beobachtest du mich etwa okay weil wenn wir jetzt noch drin gewesen wäre es dann welche extra runtergefallen für dich du hast ja da hast du ja glück habt ja wieder ein best auf mein gott die rakete ist fand ich so witzig oder das ist jetpack eher gesagt hallo leute hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es viele von eure lieblingsstreamer und Content Creator, T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.